Aber das habe ich schon live trinkt. Da hinten ein Flugbach. Die 2 und 4. Das zieht einfach nicht zu oben. Hey, wo ist das ziehen? Ja, das ist das. Oh, was? Ich finde die Fernsteine, glaube ich. Hallo? Ich hätte was, aber ich habe kein Geld dafür. Das ist mein letztes Projekt. Warte mal. Was warst du da? Ich habe auch noch viel gegessen.